Hier haben wir das türkische Spezialitäten-Restaurant. Ist mit Vorreservierung. Man sitzt auch super schön draußen. Man muss halt schauen, dass man einen schönen Platz direkt an der Promenade kriegt. Man kann auch drinnen sitzen. Das ist dann für Winter. Wenn es zu kalt ist, kann man auch schön drinnen sitzen. Hier sind die Fußballplätze. Und hier ist dann mit Vorreservierung. Ein Spezialitäten-Restaurant, die Woche hat man frei. Und jedes zweite kostet 15 Euro im Moment. Da muss man dann mal schauen, dass sind immer das aktuelle Preise. Da geht auch ein bisschen Wind. Sollten wir vielleicht abends eine kleine Jacke mit dabei haben. Die enforcement-Restaurant sind unterstützt. Die brauchen wir mit dem Schnell réussi. Sie nehmen mich jetzt hier. Es gibt die Reisplätze-Restaurant. Aber wir müssen also wieder mit dem Schnell unterstützen. Vielen Dank.